Servus zum vierten Teil meiner Serie zum Thema Social Engineering. Dieses Mal mit konkreten Beispielen. Diese können ganz unterschiedlich aussehen, denn Hacker sind kreativ und lassen sich einiges einfallen. Mehr dazu nach dem Intro. Wenn du dich und deine Lieben über die unterschiedlichsten Betrugsvarianten informieren und damit schützen willst, dann lass gerne ein kostenloses Abo mit Glocke da und zieh dich auf meinem Kanal um. Jetzt aber rein ins Video. Hier ein paar konkrete Beispiele für Social Engineering, damit du weißt, worauf du achten solltest. Lokale und staatliche Behörden in den Vereinigten Staaten erhielten 2018 altmodische, von der chinesischen Post frankierte Umschläge mit einem Brief und einer CD-ROM. Auf den CDs waren neben harmlos erscheinenden Dokumenten schädliche Viren versteckt. Laut einem 2019 erschienenen Bericht von Verizon geben sich Kriminelle oft als Mitarbeiter der Personal- oder Finanzabteilung aus, um Menschen zu täuschen. Im Jahr 2020 wurden im Rahmen einer Phishing-Kampagne massenweise E-Mails versendet, die angeblich von der Weltgesundheitsorganisation stammten. Beim Herunterladen des beigefügten Dokuments wurden Menschen auf eine betrügerische Webseite umgeleitet. Zahlreiche Studien zum Thema Social Engineering zeigen, dass Menschen ihr Passwort eher weitergeben, wenn sie ein kleines Geschenk erhalten. Die Effektivität dieser Methode lässt sich mit dem psychologischen Konzept der Reziprozität, also Gegenseitigkeit, erklären. Demnach fühlen sich Menschen verpflichtet, Gefälligkeiten zu erwidern. Manche Teilnehmer ließen sich sogar mit einem Stück Schokolade zum Herausgeben von Informationen verleiten. Häufig schicken Betrüger zunächst eine SMS-Nachricht, um mit ihren potenziellen Opfern in Kontakt zu kommen. Ein Beispiel dafür ist der folgende Text. Es gibt ein Sicherheitsproblem bei ihrem Bankkonto, rufen Sie uns unter dieser Nummer sofort zurück. Am Telefon fragen die Hacker dann die Zugangsdaten ab, um die angebliche Sicherheitslücke zu schließen. Auch über E-Mails versuchen Hacker, Menschen zu einer Kontaktaufnahme oder der Herausgabe ihrer Daten zu verleiten. Zum Beispiel mit einer Zahlungsaufforderung oder mit einer Bitte um Mithilfe bei Umfragen zur Kundenzufriedenheit. Ich hoffe nun, dass dieses Video ein Stück mehr geholfen hat, Betrüger auszubremsen. Schau dir auch die anderen Teile dieser Serie an und vergiss nicht, dass ich regelmäßig über die unterschiedlichen Betrugsvarianten berichte. Also bleib mir treu und teile meine Videos, damit wir auch andere vor Schaden bewahren können. Pass auf dich auf und Servus bis zum nächsten Video. 2 Schauen 1 Schau dir auch cancer! 1 1 2 2 2 2 2 2 3